Freunde, wir sind heute bei den Harlem Globetrotters, haben uns hier Highlight geschnappt und werden euch jetzt mal zeigen, wie man richtig cool Basketball spielt, fünf Steps und du bist die coolste Sau in der Schule beim Sport. 1, 2, all right, 3, you can't pass like this, you know, the pass has to be like this, okay, let's do it again. 1, 2, 3, great, fourth step, great, final step. 1, 2, 3, 4, great. 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 Bis zum nächsten Mal.